Und Susi macht ihren Zug. Mir ist so langweilig. Martina, was machst du für ein Chaos? Wir sind doch bei Oma. Mir egal. Es ist nicht für uns, die Handys für die sogenannte Familienzeit wegzunehmen. Was ist denn hier los? Warum spielen wir schon? Das Spiel ist wohl nichts für Martina. Och, mir ist so langweilig. Hier gibt es nichts zu tun. Und ich weiß auch nicht. Irgendwie gefällt dich nicht, ja? Hey, ich habe eine Idee. Warum verwandeln wir diese langweiligen Schachfiguren nicht in etwas, das mir Spaß macht? Zum Beispiel Süßigkeiten. Ich liebe Süßigkeiten. Zum Glück habe ich immer meine Basteltasche dabei. Du hattest die ganze Zeit das Bastelzeug und hast kein Wort gesagt? Ich fordere dich zu einer Challenge heraus. Die Verliererin muss unsere Handys retten. Abgemacht. Hurra, jetzt geht's los. Oh, ich hatte gerade eine tolle Design-Idee. Weiße Schokoladenhasen. Puh, das nennt so eine tolle Idee. Bären aus Zartbitterschokolade klingen viel besser. Und ich will nämlich entspannen zurück. Auf keinen Fall, Kumpel. Oh, gerade wenn man sich entspannen, da geht es schon wieder los. Unser Kommandant hat beschlossen, unsere Panzerung zu verstärken und uns unbesiegbar zu machen. Lang lebe der Kommandant. Ist das wirklich nötig? Aber ja, hier sind unsere Freiwilligen. Ah! Das sieht aus wie ein Bär. Keine Sorge, Soldaten. Unser Kommandant hat alles im Griff. Auf geht's. Na, wie sieht's aus? Sieht gut aus. Ich muss mir was einfallen lassen, sonst schlägt sie mich. Dein Hörsenland könnte ein paar Wölfe vertragen, Susi. Ah, irgendwas stimmt hier nicht. Hm, riecht nach Hase. Ah, Wölfe! Oh nein, wer war das? Martina, ist das dein Streich? Komm, Schwester. Ich hab nichts Böses getan. Keine Sorge, meine kleinen Häschen. Ich bring das in Ordnung. So. Oh, was für ein süßer Kerl. Reiß dich zusammen, Sam. Ein letztes Leckerli und dann starten wir. So, jetzt holen wir das Sachbrett. Nee, muss ich jetzt quadratisch malen? Mädels, braucht ihr Hilfe? Ich bin für euch da. Sieht gut aus, oder? Ja, aber ich finde, meine Bären sind viel besser. Samy, wie läuft's mit dem Brett? Ich bin gerade dabei. Wunderschön. Wenn es Schokoladen werden, werden deine weißen Haars mit Leichtigkeit besiegen, Susi. Mach dich auf eine Niederlage gefasst. Das werden wir sehen. Aber jetzt müssen wir erst einmal malen. Ja, genau. Zuerst müssen wir einen Untergrund schaffen, damit die Farbschichten gleichmäßiger aussehen und sich die Farben nicht vermischen. Jetzt können wir uns um die Details kümmern. Ich helfe dir ein bisschen. So, jetzt geht's los. Ups, ich hab ganz schön viel geholfen. Danke, Sammy. Meine Hände sind schon ganz taub. Jetzt schon. Gib's drauf. Das hättest du wohl gerne. Du hast keine Chance. Schau, was ich gemacht habe, Susi. Vielleicht kannst du das irgendwie gebrauchen. Toll, genau was ich brauche. Und der Hase bekommt ein Leckerli. Jetzt können wir zur nächsten Phase übergehen. Komm, Sam. Weißt du noch, wie toll du vorhin gebastelt hast? Das kannst du auch wieder. Nein, ich kann nicht. Schokobären, seid ihr bereit? Wir werden gewinnen. Ich glaube an euch alle. Ah, du lebst oder was? Rückzug, schnell. Irgendwas stimmt hier nicht. Susi, Martina, habt ihr das gesehen? Die Figuren sind lebendig. Was? Sam, hast du zu viel Schokolade gegessen? Du verstehst es nicht. Sie haben sich bewegt und gesprochen. Genau so. Zieh mal. Ich bin der weiße Schockkönig. Sieh mich an. Genau so haben sie sich verhalten. Sammy, versuchst du zu verbergen, dass du noch nichts gemacht hast? Nein, das ist es nicht. Es ist nur, ich sage die Wahrheit. Was soll's? Und was soll ich mit dir machen? Ha, ich weiß schon. Ich mache den Zug des Springers. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für eine kleine Revanse. Als nächstes brauche ich... Ha, was ist das? Schleim? Was du das, Susi? Ich habe damit nichts zu tun. Du weißt doch, dass wir nur einen Schleim im Team haben. Wieso? Stimmt etwas nicht mit deinen Figuren? Brauchst du vielleicht eine Pause? Das hättest du wohl gerne. Ups, da habe ich wohl etwas übertrieben. Das ist zu braun. Vanille ist auch nicht gut. Dann brauche ich wohl... Sam, wann fängst du denn an zu arbeiten? Was war das denn? Ja. Oh, der Läufer ist schön geworden. Hast du das gehört? Ich bin hübsch. Hallo, Hübsche. Na, wie geht's? Was? Och, Susi. Meine sind trotzdem besser. Jetzt geht mir das richtige Bärengebrill. Okay, Schachbrett. Jetzt heißt es entweder ich oder du. Oh, die Hälfte ist geschafft. Jetzt zeige ich dir einen kleinen Trick. Wo war die Farbe? Wo war die Farbe? Kommen wir zur Sache. Oh, die Tibidara. Hier ist alles fertig. Meine Damen, das Schachbrett ist fertig. Das habe ich gut gemacht. Oder? Sam, du hast die Seiten vergessen. Er ist müde. Wir schaffen das auch allein. Bist du bereit, Schwester? Dann los. Wow, mir gefällt, wie es geworden ist. Toll. Dies ist das beste Schachrad der Welt. Lass uns die Figuren aufstellen und die Schlacht beginnen. Hurra, wir haben es geschafft. Wir sind die Besten. Ja, mal sehen, wessen Figuren-Set das beste ist. Weißt du, Susi, ich finde, wir haben beide tolle Arbeit geleistet. Weißt du, ich habe gewonnen? Habe ich? Natürlich. In Sichtanerkennung. Und wer rettet die Handys aus dem Gefängnis? Das interessiert mich eigentlich nicht mehr. Sollen wir spielen? Gern. thoroughly. Hallo. Genau. Hallo. Hallo. Weiße Hasen beginnen. Auch Bären machen ihren Zug. Guten Tag, Partner. Und dir auch einen guten Tag. Ach du lieber Peter, sie sind lebendig. Boah, sie hat recht. Seht ihr, hab ich doch gesagt. Freunde, gebt uns einen Daumen hoch und abonniert uns. Bis bald. Bis bald. Bis bald.